Ich werde euch heute die lustigsten und besten Clips aus 150 Stunden POBG präsentieren. Viel Spaß! Ich nehme das dritte, ich nehme das dreistöckige, wie immer, wie immer. Ja, und ich nehme auch immer das große, wie immer, also das, was ich immer habe. Ja, Junge, ich nehme das grün markierte. Also, ich nehme das, was jetzt blau markiert ist. Und das grün markierte ist meins, deswegen ist es auch mein Marker, du Banane. Ja, der gelbe, da habe ich schon lange markiert. Ich gehe mal Kackenfüll, Junge, ich gehe da immer rein, frag mal Mark. Halt die Fresse, ich gehe da aber auch immer rein, Mark. Frag mal, Mark. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Halt die Fresse, Mark. Halt die Fresse. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber Noel ist da immer oft, ja. Aber ich spiele auch oft du. Hihihi. Kann ich looten, wenn meine Häuser noch nicht geladen sind. Oh. Boah, Junge, Noel, halt deinen Morgel, du gehst mir schon wieder so auf die Eier, ne? Oh. Fuck. Ja, ey, der hat mich überhaupt nicht getroffen, ey. Das Spiel ist mich am... Hat verarscht einen, ja, das Spiel, Alter. Der hat mich überhaupt nicht getroffen, ne? Wo du den mit der Granate, Junge, das war das Beste ever. Alter, das ist so scheiße. Alter. Hast du Shadowplayern? Kann ich jetzt aufnehmen. Da vorne läuft ein Spieler. Der hat einen Shotgun-Schuss auf dich abgegeben, ne? Nein, der Fresse. Nee. Sorry, das ist jetzt witzig. Ey, Junge, warum fängst du dich einfach weg? Ich hab dich nicht gesehen, Alter. Nein, der Fresse, Alter, fuck mich jetzt ab, ey, ey. Der hat einfach eine Shotgun und... Hilfe. Ich muss mich schallen. Okay. Hilfe. Ich muss mich schallen. Hoffentlich verweckt er nicht. Ich muss mich zu Ende hier. Jetzt oder nie. Ich muss mich schallen. Heil ich mich kurz, dann geht's weiter. Okay. Fuck, wenn ich jetzt tot bin... Ja, der hat gewonnen auch noch, ey. Boah, ich hab... Das war voll scheiße, Alter. Okay, aber ich muss sagen... 12 Kills. Lass mal Asia-Server spielen. Gib mal jetzt, dann kann ich während der Fahrt heilen. Wir haben noch zwei. Alter, flieg sofort raus. Ist unnötig. Yo, Digga. Junge, ich bin fast tot, du Vollidiot, Alter. Bist du irgendwie kernbehindert, Alter? Alter, das war ich nicht. Welcher von euch Vollidioten war das, Alter? Das ist einfach so richtig unnötig gewesen jetzt, ne? Danke. Ultra unnötig, Alter. Erstmal schön medikip. Und mein Helm ist einfach kaputt, Junge. Level 3 Helm, Alter. Welcher von euch Juren-Söhnen war das, Alter? Kann nur der gewesen sein, der hinter dir gesessen hat. Ja, Erik. Wobei... Ja, die Spray-Ner sind hier noch drauf. Deiner hat, glaub ich, einen Platten oder so. Jo, Junge, schieß mal auf die hinter uns. Schieß auf die hinter uns, Junge. Nice. Yo, was sch... Alter, ist das behindert, Alter. Alter. Ist das scheiße, Alter. Boah. Der Auto ist explodiert. Der ist da unten, der ist jetzt beim Buggy, der ist beim Buggy. Ausgenockt? Ja, sein Team-Mate müsste low sein, hab ich low geschlossen. Leid ist er. Ich geh so in die Tür rein, auf einmal... Bam, 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 bam. So ausgenockt. Und welchen Maus, und welchen Maus. Und auf einmal kommt sein Kanacken-Kollege hoch... Warte, sei leise. Ey, Junge, schon wieder so lächerlich. Das wird aber nicht. Ey, ich mach gleich Solo und kill dann nur AFKs und leave's dann sofort. In deinem Haus, Eric, oder wo ist der? Ja, da war der drin. Warte, ich komme! Oh, aber hier ist ihm reingegangen. Ach, wir spielen ja Squat, ne? Fuck off. Er sieht sich doch da. Wenn er da piekt. Ein bisschen wegrennt. Ja, ich bin Ulo. Ich bin tot. Alter! Weißt du, wie low ich bin? Guck mal, wie low ich bin. Du hast einen OP! What the fuck? Was war das für ein Noob? Hab kein Kuss. Ich hab sieben Kills. Nice. Ach, wat? Wat? Ich wusste grad klarkommen, ich hab sieben Kills und es leben nur 58 Leute. Ey, kill mal den, den ich nicht gekillt hat, Mann. Nein Gott, total potato tier, Alter. Noch einen ausgenockt, Alter. Ey, was ist das? Ich hab noch einen ausgenockt. Kannst versuchen, mich zu revalken. Komm klar, komm klar, komm klar. Ich muss sich erstmal kitten. Ja, schmeiß nur eine Granate, du Hund. Ja, hat schlecht geworfen. Mag ich krabbel in die Zone. Ja, tschö. Ja, wir sind jetzt alle mal tot, hoffentlich, die Wichser, ne? Ja, jetzt nicht. Hinter uns ganz kurz halt einfach. Ist tot? Ja, aber welche Seite willst du dich dahinter setzen? Köl, geh rechts zu dem Baum da bei dir. Rechts der Baum bei dir, der ist drin. Ja. Oh, schiss. Ich weiß aber nicht von wo, ich glaub der ist von außerhalb. Junge, nein. Bist du dumm, Junge. Wer soll denn von da kommen? Die Leute, die außerhalb der Zone sind, du Bannerhoney. Junge, keine Sau ist außerhalb der Zone. Ach, Alter. Alter, einer pusht am Baum, pusht rechts, Marc. Ja, ja, gesehen. Hatt' ich gesehen. Ja. Kill dir mal. Ein fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video zumindest ein bisschen gefallen. Ich hoffe, euch. Mama.